Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Christian der Auswanderluchs und heute nenne ich sieben Gründe, die gegen eine Einwanderung in die Schweiz sprechen. Bevor ich aber mit dem Video beginne, es würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ganz wichtig, dann die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online gegangen ist oder wenn ich einen Community-Beitrag geteilt habe. Schaut doch mal gerne auf meinem Blog vorbei, auswanderluchs.ch. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, Leben in der Schweiz als Auswanderer, könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Aber jetzt steigen wir direkt ins Thema ein. Das sind eben sieben Gründe, weshalb manche Personen, vor allem aus Deutschland, sich gegen eine Einwanderung in die Schweiz entscheiden. Und der erste Punkt, den ich angeführt habe, finde ich auch der wichtigste, ist nämlich das eigenverantwortliche Handeln. Hier in der Schweiz setzt man sehr auf Eigenverantwortung. Deshalb oder aus diesem Grund sind die Einkommenssteuern vor allem in der Deutschschweiz oder in den Deutschschweizer Kantonen auch sehr niedrig, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zu deutschen Einkommenssteuern. Und natürlich muss man dann auch gewisse Kosten selbst tragen, weil wenn jetzt wenig Einkommenssteuern reinkommen, dann kann auch nicht viel finanziert werden daraus. Natürlich ist hier alles super gut, die Infrastruktur ist tipptopp und auch die Sozialhilfe, wenn man in den Fall der Fälle reinkommt, ist auch super top. Aber es gibt halt so gewisse Sachen, wie zum Beispiel die Kita, die hier halt viel teurer ist, viel kostspieliger ist, weil man halt den Anteil selbst tragen muss, den größten. Und in Deutschland ist es ja so, dass der Großteil der Kosten, der dort anfällt, vom Steuerzahler gezahlt wird. Das ist halt hier nicht so. Wenn man das nicht möchte, wenn man eher jemand ist, der, keine Ahnung, das typische Beispiel ist, also Norwegen als Nanny-Staat, da wird halt auch viel oder werden viele Einkommen oder werden hohe Einkommenssteuern gezahlt. Und dafür kriegt man auch viele Leistungen. Der Staat kümmert sich um viel. Hier in der Schweiz ist es eher so, da wollen die Bürgerinnen und Bürger das gar nicht. Die wollen lieber wenig Staat haben. Die wollen einen schlanken, effizienten Staat haben, der halt die Rahmenbedingungen schafft, aber sich nicht groß einmischt und irgendwie groß Subventionen verteilt oder sowas. Das ist halt hier nicht der Fall. Und wenn man das nicht gerne hat, dann ist die Schweiz auch nicht das richtige Land. Das sieht man auch dann zum Beispiel an der Krankenkasse. Der Zahnarzt ist nicht mit drin. In Deutschland wird ja auch viel noch, also eben der Krankenkassenbeitrag ist das eine bei der gesetzlichen Krankenversicherung, aber es wird ja trotzdem noch viel aus Steuermitteln finanziert. Und hier ist es halt so, dass wirklich auch eben dieses Beispiel Krankenkasse, wo es dann zwei Arten der Selbstbeteiligung gibt. Einmal die Franchise, einmal den Selbstbehalt. Wenn ich die Franchise hoch wähle, so habe ich es zumindest gemacht und meine Frau auch, und die meisten, die ich kenne hier, die liegt dann bei zweieinhalbtausend Franken pro Jahr. Und das heißt, die ersten zweieinhalbtausend Franken im Jahr an Gesundheitskosten, an Arztrechnung, die zahle ich halt aus der eigenen Tasche. Dafür ist mein monatlicher Beitrag auch geringer. Und das ist auch nicht so wie in Deutschland. Ich verlinke da mal das Video, wo ich dann detailliert darauf eingehe, hier auf die Krankenkasse oder auf das System hier in der Schweiz, auf die verschiedenen Krankenkassen. Es gibt ja nicht nur eine hier, verlinke ich dann oben in der Ecke, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja, es ist halt nicht so in diesem Solidarprinzip wie in Deutschland, dass jetzt jeder einen, zumindest bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es ja so, dass jeder einen Beitrag zahlt anhand der Höhe seines Lohnes. Hier läuft es so, dass jeder einen individuellen Beitrag zahlen muss, unabhängig von der Höhe seines Lohns. Der Arbeitgeber gibt auch in der Regel nichts dazu. Jedes Familienmitglied muss extra versichert werden. Ja, und das ist dann auch wieder so ein zweites Beispiel für die höhere Eigenverantwortung hier in der Schweiz. Natürlich positiv ist, wenn man halt sehr sparsamer Mensch ist und man achtet sehr auf seine Gesundheit und alles, dann kann man da natürlich mit Plus rausgehen. Ja, wenn man jetzt jemand ist, der überhaupt nicht auf sich achtet und keine Ahnung, die Zähne vergammeln lässt im Mund und sowas, dann wird es halt teuer und das muss man halt dann selbst ausbaden. In Deutschland zahlt das dann die Gemeinschaft. Den zweiten Punkt, den ich rausgesucht habe, ist die höhere Arbeitszeit oder tendenziell höhere Arbeitszeit hier in der Schweiz. Es ist oft so, dass Vollzeitstellen, also 100% Stellen, dass sie mit 42 Stunden pro Woche gerechnet werden. Das heißt, man muss dann 42 Stunden pro Woche arbeiten. In Deutschland ist es ja niedriger. Gerade wenn man so in der Metallindustrie arbeitet oder vielleicht in der Chemieindustrie, in der Pharmaindustrie, da gibt es ja oft Tarifverträge, die dann, wie bei meinem Bruder in Deutschland zum Beispiel, der ist ja in der Metallindustrie, nur 35 Stunden die Woche arbeiten muss oder wie ich damals in der Chemieindustrie in Deutschland 37,5 Stunden. Als ich dann hier in die Schweiz gekommen bin, waren es dann 40 Stunden, also zweieinhalb Stunden mehr, was aber für die Schweiz auch schon gering ist, ist da durchschnittlich die Leute eigentlich mehr arbeiten. Und oft ist es wirklich noch so, dass es halt diese 42 Stunden pro Woche gibt oder sogar mehr. Meine Frau arbeitet beim Kanton hier in Zürich und die muss sogar ein bisschen mehr als diese 42 Stunden arbeiten. Und beim Urlaub, jetzt wäre ich fast durcheinander gekommen, in der Schweiz sagt man zum Erholungsurlaub nicht Urlaub, wie wir in Deutschland, sondern man sagt Ferien. Die Ferien betragen so in der Regel fünf Wochen pro Jahr, je nach Quelle, was man dann nimmt. Das ist, glaube ich, die eine Quelle, die ich mir angeguckt habe. Ich verlinke es dann auch unten in der Videobeschreibung. Da waren es dann ein bisschen mehr als fünf Tage. Es kommt dann auch aufs Alter drauf an. Es gibt dann auch verschiedene Gesamtarbeitsverträge. Es kommt wirklich darauf an, wo man dann arbeitet. Der eine Arbeitgeber gibt dir vielleicht nur den gesetzlichen Mindesturlaub oder diese Mindestferien von vier Wochen oder bei jüngeren dann fünf Wochen. Aber das müsste man dann halt individuell schauen. Das werdet ihr erst sehen, wenn ihr dann einen Arbeitsvertrag angeboten bekommt. Aber tendenziell sind die Ferien niedriger hier oder die Urlaubstage niedriger als jetzt in Deutschland. Das heißt, man hat unter Umständen weniger Freizeit. Wenn man das nicht gerne hat, dann wird man auch nicht, wahrscheinlich nicht in die Schweiz kommen. Was man aber sagen muss, viele haben einen guten Lohn hier in der Schweiz und reduzieren dann ihr Arbeitspensum. Ich kenne viele, die nur 90 oder 80 Prozent schaffen. Und wenn man Donnerstagabend durch Zürich fährt und sieht, wie viele Leute da auf der Straße sind, da denke ich mir auch jedes Mal, da sind bestimmt die ein oder anderen dabei, die auch nur eine 80-Prozent-Stelle haben und halt den Freitag frei haben, weil sie mit den 80-Prozent-Lohnen halt auch gut auskommen. Als dritten Punkt, den ich mir rausgesucht habe, das Lebensmodell. Da kommen wir dann auch wieder zum Thema Eigenverantwortung oder vielleicht dieses Solidarprinzip eben mit der Krankenkasse, was ich vorhin als Beispiel gebracht habe, ist ja hier in der Schweiz nicht so. Das macht es zum Beispiel auch schwieriger, finanziell gesehen zumindest, wenn ich jetzt nur einen Verdiener habe. In Deutschland, wenn ein Verdiener da ist oder eine Verdienerin und derjenige gesetzlich versichert ist, dann sind die ganzen Kinder, egal wie viel man hat, und dann auch der Partner, sind ja dann über diese Versicherung abgedeckt. Komplett, Zahnarzt, Krankenhaus, normaler Arzt und so weiter. In der Schweiz ist das nicht so. In der Schweiz muss man jedes Kind extra versichern, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, und auch den Partner, der nicht arbeitet. Und das ist dann auch nicht wenig. Dann habe ich auch mal ein Video darüber gemacht, verlinke ich dann auch hier oben in der Ecke. Da seht ihr die Ausgaben für Krankenkasse als Familie. Also jetzt mal unsere Familie als Beispiel, meine Frau, meine Tochter und ich. Wir hatten 900 Franken oder ein bisschen mehr sogar, oder haben wir pro Monat. In Deutschland würde sich der Betrag nicht ändern. Das heißt, ob jetzt jemand Single ist oder ob jemand verheiratet ist und dann irgendwie elf Kinder hat, der Beitrag für die Krankenkasse ändert sich nicht. Und hier in der Schweiz ändert er sich halt schon. Und wenn jetzt der eine Partner entscheidet, er möchte nicht arbeiten gehen, dann könnte es hier unter Umständen knapp werden in der Schweiz, was das Finanzielle angeht. Oder man ist dann in Deutschland sogar besser gestellt, was das Finanzielle angeht. Das ist halt so eine Sache. Und ich kenne wirklich viele, viele Paare, viel mehr Paare hier in der Schweiz, als es in Deutschland prozentual betrachtet jetzt, wo wirklich beide arbeiten gehen. Das muss nicht immer sein, dass beide 100% schaffen. Das kann auch sein, dass der eine 80% und der andere 80%. Kenne ich auch zwei Anwälte, die das zum Beispiel machen, wo dann der eine Montags frei hat und der andere Freitags frei hat. Und die restlichen drei Tage ist der Junge dann in der Kinderbetreuung, also das Kind von denen. Oder ich kenne auch Beispiele, wo dann die Frau 60% arbeitet, der Mann 100%. Da gibt es dann wirklich die verschiedensten Möglichkeiten. Und bei uns ist es ja so, meine Frau schafft 80% und ich mache halt YouTube und den Blog und so. Bevor ich das Ganze selbstständig gemacht habe, wo ich dann Angestellter war in der Pharmaindustrie noch, habe ich dann auch 100% geschafft. Und da hat man dann schon unterm Strich, profitiert man hier mehr, finde ich. Hier in der Schweiz, wenn beide arbeiten gehen, man wird halt nicht so stark belastet von Einkommenssteuern und so, wie in Deutschland. Wenn man aber nur einen Verdiener oder eine Verdienerin hat, dann ist man in Deutschland tendenziell besser gestellt. Kommt natürlich auch immer auf die jeweilige Situation drauf, an, wenn jetzt jemand hierher kommt und hat einen Lohn von, ich weiß nicht, 10.000 oder 15.000 Franken, was hier schon mit der einen oder anderen Ausbildung möglich ist. Auf jeden Fall ist es auch mehr Lohn möglich. Dann sieht es ja auch wieder ganz anders aus. Da machen die Krankenkassenkosten jetzt auch nicht den Kohlfett. Aber das ist halt so ein Ding, das man beachten muss. Deswegen muss man sich wirklich gut informieren, wie das System hier funktioniert und dann für sich entscheiden, will man unter Umständen einen finanziellen, will man irgendwelche finanziellen Einbußen eingehen, um hier zu leben. Viele würden dann wahrscheinlich davor zurückschrecken. Dann, da wurde ich letztens von jemandem aus der Community darauf hingewiesen. Es gibt auch Berufe in der Schweiz, also generell gesagt, um das mal, falls du jetzt noch nicht so lange auf dem Knall hier bist, die, die jetzt schon länger dabei sind, die wissen das. In der Schweiz hat man tendenziell einen doppelt bis dreifach so hohen Bruttolohn. Und es ist aber nicht immer so. Ich hatte letztens einen, ich hatte sogar zwei aus der Community. Einer hat mir mal so mitgeteilt, dass es auch Berufsgruppen gibt, die hier nur ein bisschen mehr verdienen als jetzt in Deutschland, um das mal so zu sagen. Oder vielleicht sogar genauso viel wie in Deutschland. Und da die Lebenshaltungskosten hier in der Schweiz höher sind, wäre das natürlich ein erheblicher Nachteil. Und da hat mir jemand aus der Community geschrieben, er war ein Ingenieur oder ist Ingenieur, lebt in NRW und ich hoffe, ich habe jetzt die Zahlen noch richtig im Kopf. Grob auf jeden Fall. Er hat irgendwie 100.000 Euro, bekommt er an Jahresgehalt in Deutschland. Und hier in der Schweiz haben sie ihm geboten, ich glaube 105.000 oder 110.000 in der Chemieindustrie als Ingenieur. Also in Franken jetzt. Und was ja dann auch irgendwie 100.000 Euro sind. Und da habe ich ihm dann ganz klar gesagt, also da wird er finanziell, das kommt natürlich darauf an, was er für Ausgaben hat und so. Wenn er mit Familie kommen würde, wäre das ein herber Einschnitt, so finanziell betrachtet. Wenn er als Single kommt, muss er halt schauen, in welcher Region er lebt und wie da die Ausgaben sind. Weil das unterscheidet sich ja auch nochmal hier ganz krass in der Schweiz. Auch kleine Ortswechsel können dann schon mal erheblich was ausmachen bei den Kosten. Und ja, das ist halt so eine Sache. Es gibt halt Berufsgruppen, die in der Schweiz nicht so einen guten Lohn haben, wie jetzt in Deutschland im Verhältnis betrachtet. Da wäre dann ein Beispiel der Ingenieur. Genau. Aber es gibt auch verschiedene Vergleichsportale, wo ihr im Internet nachschauen könnt, wo ihr dann Anhaltspunkte findet, wie hoch denn ungefähr der Lohn ist in der und der Position oder an der und der Stelle. Das gibt es auf jeden Fall. Der nächste Punkt, den ich rausgesucht habe, ist der der Freundlichkeit und der Höflichkeit in der Schweiz. Diejenigen, die mich jetzt auch schon länger verfolgen, die werden es wissen, worauf ich hinaus will. In der Schweiz ist der Umgang tendenziell höflicher und freundlicher. Nicht so direkt wie in Deutschland. Kritik wird meistens nicht so direkt gesagt. So irgendwie so, hey, du hast einen Fehler gemacht, mach mal den wieder fertig. Sondern da heißt es eher so, ja, guck doch mal bitte noch auf Seite so und so in deinem Dokument. Da habe ich irgendwas entdeckt. Das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das so richtig ist. Irgendwie so. Direkt und schnell wird das wahrscheinlich in den seltensten Fällen hier sein. Da habe ich auch schon diverse Videos zugemacht. Und das ist wirklich ein interessanter Punkt. Dem muss man sich bewusst sein. Die Schweiz ist kein kleines Deutschland. Auch wenn es einem vielleicht nicht so vorkommt wie Ausland jetzt als Deutscher, außer wenn es hier ums Wählen geht und wenn man die Autobahnschilder sieht, die hier nicht blau sind, sondern grün sind. Ja, es ist einfach so, dass der Umgang hier anders ist. Und wenn man darauf nicht eingestellt ist oder wenn man nicht bereit ist, sich darauf einzustellen, dann wird es extrem schwierig. Und da habe ich auch letztens eine Nachricht bekommen aus der Community. Liebe Grüße gehen raus. Ihm wurde im Geschäft gesagt, also in der Firma, er soll doch seine E-Mails ein bisschen schweizerischer schreiben. Und da hat er gar nicht gewusst, worum es geht. Und dann hat er halt gesagt, oder er ist dann hinterher, hat das dann schon geschnallt oder ihm wurde es erklärt. Und dann haben sie ihm halt gesagt, so nahegelegt, so ja, nicht so direkt, ein bisschen freundlicher. Und eben in der E-Mail kann man dann auch mal gut schreiben, so am Anfang, so ja, ich hoffe, du hast eine gute Woche gehabt oder ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt, irgendwie sowas. Ein Video dazu habe ich ja mal gemacht, kann ich hier oben auch mal in der Ecke verlinken. Könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Aber das ist wirklich ein großer Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz, eben der persönliche Umgang miteinander. Viel freundlicher, viel höflicher. Natürlich gibt es auch Schweizerinnen und Schweizer, die nicht so freundlich sind, aber tendenziell ist es auf jeden Fall so, ja. Dann als vorletzten Punkt, die Entfernung zu Familien und Freunden in Deutschland. Das ist natürlich krass. Ich komme ja selbst aus NRW und ich merke das jedes Mal, wenn ich dann wieder da bin. Es ist schön, die Entfernung und die Fahrt oder die Reise, die man auf sich nehmen muss, ist aber erheblich. Gerade wenn man vielleicht noch Freizeit opfern muss, spärliche Freizeit, die man dann hat, das muss man auch alles mit einberechnen. Die Autobahnen sind, ja, es kommt immer darauf an, sowas für eine Jahreszeit und so, aber sind eigentlich auch recht voll, zumindest nach NRW, wo ich hinfahre, wie das hier nach Osten aussieht, keine Ahnung, das weiß ich leider nicht. Aber die A5 ist regelmäßig voll, wo ich immer lang fahre oder auch da um Stuttgart rum. Ich fahre dann meistens nach Schaffhausen, Stuttgart und dann halt auf die A5 und dann hoch nach Frankfurt und von da auf die A45. Da geht es dann eigentlich wieder. Aber eben, das sind auch jedes Mal sieben Stunden Fahrt. Fliegen ging vor Corona noch gut. Jetzt ist es auch wieder ein bisschen schwieriger geworden. Es fliegen gar nicht mehr so viele. Irgendwie nach Düsseldorf sind, glaube ich, ich weiß nicht mehr, sind wirklich viele, viele Flieger gegangen, bevor Corona kam. Irgendwie, ich glaube, neun, zehn oder elf Flieger pro Tag und jetzt sind es vielleicht zwei. Letztens haben wir einen gebucht für mittags, der wurde dann verschoben auf morgens oder der eine wurde gecancelt, dann gab es nur noch den Morgenflug und da hatten wir halt keine Lust drauf und dann haben wir den wieder verschoben. Jetzt sind wir lieber mit dem Auto gegangen. Das muss man sich halt bewusst sein. Es kostet einmal, die Reisezeit ist anstrengend und der Hauptgrund natürlich, den ich eigentlich sagen wollte, da geht es ja gar nicht so sehr um Kosten und Zeit und sowas, sondern die Familie ist nicht mehr um die Ecke. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich fahre jetzt mal eben auf einen Kaffee zu meinen Eltern oder ich fahre mal meinen Bruder besuchen oder sowas. Es geht halt alles nicht mehr so leicht und das ist auch schade, oder? Ja, dem muss man sich auf jeden Fall bewusst sein und Freundschaften, egal, also ich spreche jetzt mal aus meiner Perspektive, kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen. Es ist dann schon ein bisschen so wie aus den Augen, aus dem Sinn, natürlich nicht ganz so krass, aber der Spruch passt dann schon. Man sieht sich halt nicht mehr so oft, man ist nicht mehr so oft am Reden, das wird dann immer, immer weniger und wirklich dann kristallisiert sich es hinterher raus, wer dann wirklich gute Freunde oder wer ein guter Freund ist und ja, wer einfach nur ein Freund dann war, was ja dann auch natürlich schade ist, ja. Und der allerletzte Grund, den ich rausgesucht habe, wenn du dich nicht genug informiert hast, das ist wirklich sehr wichtig, das habe ich auch schon mal in einem vorherigen Punkt angesprochen eben, wo es dann um Unterschiede ging um Eigenverantwortung, das zählt eigentlich so nicht nur für die Schweiz, sondern generell für jede Auswanderung, würde ich mal sagen, ich habe ja auch schon Interviews gemacht mit einem Stadtbewohner, er hat auch einen YouTube-Kanal und da mit dem lieben Mike von About Swiss und die sagen eigentlich alle, man sollte sich vorher wirklich gut informieren, damit man nicht hierher kommt und dann irgendwie vor vollendete Tatsachen quasi gestellt wird und sich irgendwas oder irgendetwas sich demjenigen gar nicht passt oder das kann natürlich auch sein. Es kann also sowas sein, wie dass jedes Familienmitglied extra versichert werden muss oder dass gewisse Sachen teuer sind oder dass dann, keine Ahnung, dass man auf einmal merkt, so man geht ins Wallis und versteht kein Wort, weil die auf einmal einen ganz eigenartigen Dialekt sprechen, der für Deutsche noch schwieriger zu verstehen ist als jetzt das, sagen wir mal das Standard, Standard Schweizerdeutsch gibt es ja nicht, verlinke ich auch mal hier in der Ecke das Video, eben als jetzt Zürichdeutsch oder der Dialekt, der in Luzern gesprochen wird oder in Schaffhausen oder in Basel oder so, eben das ist wichtig, sich gut zu informieren und dann steht dem auch nichts im Wege. Also ich bin jetzt ja seit 2016 hier und ich kann sagen, ich habe alles richtig gemacht, ich bereue es nicht, klar die Entfernung zur Familie und zu Freunden, dann macht mir, also nicht zu schaffen, aber es ist sehr schade, dass man nicht einfach mal so schnell dann jemanden besuchen kann, das war mir natürlich von Anfang an klar, ansonsten die anderen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, das passt mir gut, eben die höhere Arbeitszeit, das war mir bewusst, dadurch gab es auch einen höheren Lohn, auch pro Stunde natürlich oder im Verhältnis betrachtet, bei mir war es dann so, dass der Lohn auch gepasst hat, ich habe jetzt nicht das Problem gehabt, dass der niedriger war jetzt im Verhältnis gesehen jetzt wie in Deutschland, die Freundlichkeit und Höflichkeit gefällt mir gut, die Eigenverantwortung gefällt mir gut und ja, so geht es den 300.000 Deutschen, die hier in der Schweiz leben, wahrscheinlich auch oder dem Großteil und 150.000 von diesen, die nochmal oben drauf kommen, die schon mittlerweile Schweizer Bürger sind, die denen gefällt es auch, sonst hätten sie sich ja wahrscheinlich nicht einbürgern lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, lasst gerne ein Like da, schaut doch mal gerne auf meinem Blog vorbei, auswanderlux.ca oder bei Instagram findet ihr mich unter Christian der Auswanderlux und wie am Anfang schon gesagt, auch die Facebook-Gruppe Leben in der Schweiz als Auswanderer, 1500 Leute sind wir mittlerweile schon da drin, ja, schaut mal gerne vorbei, würde mich freuen, euch da zu sehen und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.